Ich habe einen neuen Rocket League Account erstellt und probiere ihn zum Grand Champ zu machen. Nachdem in der letzten Episode PULS MK zur Hilfe geeilt ist, um uns zu unterstützen, ist das hier Part 2. Alle Links zu MK findet ihr in der Beschreibung. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, schlangen wir nicht mehr lange drum rum. Viel Spaß mit dem Video. Oh, ich... Hast du den noch? Ja. Oh! Ich kotze ab. Ich kotze ab. Ey, wie kann ich da dran vorbeif... Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Alkohol am Steuer. I am not f***ing drunk. Brauchst du den? Ah. Die fahren am Ball vorbei, dann gehen sie für eine Demo und der zweite steht dann ready, um den hervorheben zu kommen. Ja, verstehe, verstehe. Nice. Fake. Oh! So angepasst. Oh nein! Schade. Was ist denn noch da? Was? Oh shit. Ich vertraue dir. Du bist ein Löwe. Geil! Schöner Fake. Ich hab den gar nicht berührt, ne? Ich weiß. Okay, perfekt. Oh, ich bin so bescheu... Rrrrrr! Nein. Nice. Er ist der Erster. Er macht ihn. Er ist langsam. Oh, den Typen rein. Okay, okay, okay. Wiederruhig. Sieg, einfach diese... diese RLCS-Kommentator-Callouts. Nö. Sorry. Ich reiß dich jetzt zusammen. Ich reiß dich jetzt zusammen. Ich muss mal kurz die Katze rauslassen. Moment. Ja, lass die Katze raus den Sack. Two thousand years later. Bitte ist er drin. Bitte miss ihn. Bitte miss ihn. Bitte. Bitte. Geil. Ja! Wir sind noch da. Wir sind noch da. Wir haben das. Wir haben das. Die Hoffnung keimt wieder auf. Och, jeder von bei. Oh mein Gott. Dreiß ich bin Mitte? Mach ihn einfach. Mach ihn einfach. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Mach ihn einfach rein. Mach es einfach. Ab jetzt aber. Der ist drin. Der ist drin. Golosso. Messi, 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 Messi. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen noch einen Turm machen. Wir machen das jetzt noch in der Normal Time. So ein Ding. Geht. Geht. Mach mich stolz. Mach mich stolz. Ich hab es prediktet. M.K. Golosso. Golosso. Ich hab's prediktet. No way. Easy come back. Fragezeichen. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Das war doch mal so richtig den Finger in die Wunde. Okay, let's go. Es wird immer schwieriger. Wir müssen am Ball bleiben, wie die Deutschen sagen würden. Gehen runter. Ah, scheiße. Da wird das. Sünden. Ich weiß nicht, was ich da gemacht hab. Ich hab irgendwie auf ihn geguckt und irgendwie auf den Ball. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist auch wichtig. Mit dem Schiedsrichter diskutiert. Oh. Geht raus. Ich hab keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Ich kann keinen Boost. Wieder konzentrieren. Was ist passiert? Okay. Woran hat's gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Pass in der Elberworn, wo man es gelegen hat. Die Gegner sind... Ich, äh, soll du? Ja, du gehst. Ja, du gehst. Scheiße. Oh, ich wollte ihm den in die kurze Ecke schieben. Oh, der Fake. Geil. Der Fake, oh. Du siehst, er zu dir und ist er zu mir oder so. Nein. Scheiße. Ey, Mann, ich mach das doch nicht mit Absicht. Sehr gut. Egal, lass next game gehen. Einfach abhaken. Ha, wirklich, wirklich aufgeben oder was? Das schaffen wir nicht mehr. Okay. Okay. Der, der Matti, der ist am Zwirfen oder so oder... Okay, dann mach ich den, mach ich den MK hier direkt verlassen. Ich geh mal zum linken Boost. Jetzt wird's ganz verrückt. Ich vertrau mir den Kickoffs. Wie, die ganze Zeit schon, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ganz genau. Geht nochmal. Fuß nehmen. Entspannen bleiben. Entspannen bleiben. Oh, nein. Ja, nochmal Fake, nur jetzt du. Ey, Mann. Scheiße. Ja. Was ist da? Sitgen? Hab zu hast, also. Wichtiger Touch. Hab ich. We'll use the power of friendship. Ja, ja, okay. Scheiße, was mach ich denn da, ey? Aber da war die Fringe auf jeden Fall nicht so am Start. Ja. Alle haben die Kickoff verkackt. Das hab ich noch nie gesehen. Nein. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Es sind einfach alle gerade gesingle-jumpt und haben... Selbst ich. Das war einfach Server-Lag. Das hat einfach jeder gemacht. Dann lobby der andere Typ auch. Und was macht? Okay, 2-0. Wir sind's gewohnt. Wir sind's gewohnt. Geht einfach nicht. Vorsicht! Oh, scheiße. Ja, ich konnte nicht. Er hat einfach kein Brain. Ich turnne und er geht einfach nicht. Was hat er für Eier? So. Macht er mit Eier. Eier, wir brauchen Eier. Oh, ich bin so lost. Hinterherfahren? Ich bin so lost. Ich hab's wieder gemacht. Ich hab nicht hinterher gefahren. Egal, egal. Nächstes Game machst du's und dann klappt's. Ich schwitze wie eine Sau hier oben in meinem Zimmer, ey. Weil du halt in die Ecke gehst und da einer von den Gegnern halt herfährt und ist halt immer... Ja, ist total dumm gewesen. Ich weiß. Ich hab das Gefühl, ich krieg das Gefühl auch für ein Loose plus MMR. Weil ich so kacke bin. Boah. Okay. So, jetzt rein damit. Ja. Ja. Let's go. Ey, bei uns scheiß, was ich das krasseste daran finde, ist, wie du schon an die Wand nach oben geflogen bist. So, also, dass du das so predictest, dass du dann direkt wieder abspringst und so. Echt krank. Schönes Denk. Schön. Oh mein Gott. Wunderschön. 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 Wirklich. Also, mein Rücken ist komplett nass. Sag ich dir, wie es ist. Danach gibt's eine dicke Dusche. Und dann erzähle ich meiner Mutter, dass ich mit MK gespielt hab. Und kannst du dir gleich von mir auch erzählen. Oh, ja. Und dass da noch eine Handynummer kommt. Also, ich sag's dir, wie es ist. So, wenn man, wenn jemand bei, bei so Champion 1, Dia 3, wenn da jemand FF-Fragezeichen in den Chat schreibt, dann wird erst recht nicht geäfft. Ja. Ja, ist echt so. Dann macht's erst recht keiner. Ja, okay, ist bei uns auch so. Ich hier noch so in der Lobby, probier's noch so voll zu genießen gerade und bist schon weg. Perfekt. Oh, Jungs, ich hab heute, ich hab einen kleinen Fehler. Jungs, ich brauch kurz Hilfe von dir Showtime. Ich hab heute zwei Freundesgruppen zugesagt, also zwei verschiedene Freundesgruppen zugesagt, mit denen was zu machen heute Abend. Aber ich muss mich jetzt für eine entscheiden. Das ist bitter. Ja, ich würd' einfach sagen, du bist schwerbeschäftigter YouTuber, sie soll damit klarkommen, der ein. Du bist ein High-Performer, sie nicht. So. Es kommt drauf an, was machen denn die beiden Gruppen? Die einen spielen Beatrollen bei mir und die anderen würden... Wie in der Bar oder so. Boah, das ist natürlich... Also Beachvolleyball ist schon wild, aber... Ja, aber da trifft man auch Ladies. Gut, in der Bar steht man natürlich nur schüchtern in der Ecke, das ist natürlich auch wieder klar. Jetzt, High-Performer. 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 Wenn du der eine Freundesgruppe absagst und die fragen warum, dann schickst du ihnen einfach einen Clip von genau dieser Szene. Einfach nur kommentarlos dieses Tor schicken. Sieben und ich bin da Dienstag. Ich hab ihn. Schöne Dämo. Sehr wichtig. Na gerne. Gern mal über ihn. Gerne. Da bin ich doch da. Da mach ich auch gerne, trage ich auch gerne den dreckigen Teil bei, weißt du? Ja, musst du auch. Man nennt mich auch in Fachkreisen den Sergio Ramos des Rocket League. Nein. Ich, also ich sag ehrlich, es sind glaube ich jetzt, jetzt hab ich 1140, ich glaube so, ja so 3, 4 Spiele oder so müssen es sein jetzt, ne? Ja, 4 Spiele. Wenn du so lange noch Bock hast, dann könnten wir das noch machen. Das ist safe. Warum FF'n die nicht? Ich brauche nochmal nach. Ich werde so unabhängig mit dem Fragen. Ja. Uh. Aha. Ja, siehst du, man muss nämlich doch mal nachfragen. Freundlich FF-Frage-Zöchen. Naja, in DIA 3 ist das nicht freundlich gemeint. Da ist das nie freundlich gemeint. Okay. Raus hier, raus hier, komm raus. Ja, ja, ja. Wehen wir nicht drüber. Paul, das schneidest du raus. Metal, Leute. Bist du die Party auch geliebt? Oh, hups. Ne, das war keine Absicht. Oh mein Gott, jetzt knallt's. Jetzt knallt's. Du machst das wirklich gut, ey. Geile Punkte. So sieht's aus. Da sind wir doch wieder näher ran. Let's go. Du bist jetzt hatten. Ja, das sagst du jede Runde. Mhm. Ich bin wieder zum Boost zur Ecke gefahren. Man kennt's. Naja, jetzt kommt er. Boah, schön. Wunderbar. War ich mir selber nicht so sicher, ob ich die Tisle, ne? Nein. Aber schöner passt. Du warst dir absolut sicher und hast das Ding versenkt. Natürlich. Wie ein Macher. Schön. Boah, Mist auch. Oh mein Gott. Wir schwimmen ein bisschen in der Defense. Wir schwimmen sogar sehr. Dann müssen wir jetzt den Zementmixer wieder rausholen. Ja. Okay. Geiler Spruch, Digga. Oder? Mitte? Noch geileres Tor. Oh mein Gott. Geiler Spruch und geiles Tor. Junge. Wir sind jetzt nicht einfach, ey. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, ey. So ne Scheiße. Reicht, oder? Reicht. Er saved ihn fast. Oh mein Gott, ey. Puh. Er hat halt so auf den Pass die Geiler, deswegen kann ich ja nicht abspielen. Ja. Du, solange der Ball drin ist, ist mir das vollkommen egal, ja? Nochmal reinmachen? Woher hinter mir? Ah. Kannst du irgendwie, okay, verschließen. Okay, hat er nicht. Nice. Okay, ein Game noch, oder? Let's go! Okay, zeig es mir. Zeig es mir vielleicht jetzt schon. Vielleicht. 97. Zeig mir der Shiny Silber. und, äh, Lila. Ja, ja, doch. Ist es das nicht? Ist es Champ 2? Äh. Es. Jawoll! Es ist es! Luka, let's go. GG. GG. Oh mein Gott, ey. Wichtig und richtig. Chat einfach so im Lügen, ne? Erst sagen die 1170, dann 1180, dann 1200. Ja, die. Alle Cap. Alle labern Cap. Es ist, es ist, glaube ich, wirklich, äh, 90. 1195 anscheinend. Und, äh, ja, okay, dann so, ja. Okay, äh, jetzt wieder besser. Sehr schön, sehr schön. Also haben wir es doch noch fertig gebracht, Champ 2 zu hitten. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wer mir als nächstes bei meiner Road to Glory zur Hilfe eilen soll. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Peace! Entspan WWE kerimates. Bis zum nächsten Mal.